Hallo, mein Name ist Tom-Peter Riethoff und ich lade dich ein zu einem sehr bedeutenden Workshop für dein zukünftiges Leben. Nämlich einem Workshop, der aufräumt mit deiner Vergangenheit. Und zwar mit einem Bereich deiner Vergangenheit, die an deinen Namen gebunden ist. Als Heiler frage ich mich oft, warum kann der ein oder andere nicht in die Gesundheit kommen? Warum ist er in einem Zyklus von Lebensereignissen wie gefangen? Er erlebt immer wieder dasselbe. Und du versuchst und versuchst und die Menschen machen so viel und trotzdem klappt es nicht. Irgendwas klebt wie Kaugummi an deinen Füßen und du kommst immer wieder in diese alten Zyklen, in das alte Fahrwasser deines Lebens zurück. Und ich habe herausgefunden, dass wir Erlebnisse haben, die auf unseren Namen gespeichert sind. Also die Bereiche, wo Menschen über dich gesprochen haben, dich verurteilt haben, wo dich deine Mutter, deine Eltern geschimpft haben, dich angeschrien haben. Oder wo du das Gefühl hast, ich habe jetzt was Unrechtes getan. Wo du dich selbst verurteilt hast. Wo wir uns gegenseitig vielleicht so ein bisschen reinschaukeln. Wie wir aus diesen Themen aussteigen können. Und zwar ein für alle Mal auch für die Zukunft. Das zeige ich dir in dem Workshop. In knackigen Informationen, nicht zu lang, gerade so viel, dass du definitiv auch nachvollziehen kannst, um was geht es und wie kann ich manche Lebenssituation damit in Verbindung bringen. Mit einer Meditation, in der du die Bereitschaft findest, auch aufzuräumen, zu vergeben, alles das, was du selbst und andere auf deinen Namen gelastet haben. Bis hin zu Tipps, wie du in der Zukunft darauf achtest, damit eben nichts mehr auf deinen Namen lässt. Damit du dich selbst nicht mehr verurteilst, damit du endlich in deinen Selbstwert, in deine Selbstliebe und vor allen Dingen in deine Selbstausstrahlung kommst. Also wieder die Schönheit des Lebens nicht nur siehst, sondern du bist die Schönheit, die Präsenz des Lebens. Dass du wieder hinter dir stehst und für dich einstehst in dem, was dir wirklich wichtig ist. Und nicht einfach nur, um zu funktionieren und vielleicht anderen zu genügen. Das und viel, viel mehr in einem ganz interessanten Workshop in drei Teilen. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und bis bald, dein Tom Peter. Und ich freue mich, wenn du dabei bist.